Guten Tag liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live-Trading TV am Nachmittag 14.50, 24. Juni. Wir wollen auf den Goldpreis schauen und hier nochmal kurz vorab der Hinweis, dem ich auch schon im Stream nachging, auf die Analyse von heute Morgen hier 10.08 Uhr. Es ging um die Wiederholung einer Abwärtstendenz beim Goldpreis. Wir sahen ja gestern schon eine schwache Entwicklung und heute hier saisonal generell unter Zugzwang. Hier die heutige Intraday-Prognose im M30 deutet auch auf weitere Schwäche hin und ja, der Goldpreis hält sich relativ gut dran. Wir haben hier zunächst mal der Chart von heute Morgen mit dem neu generierten Tagestief unterhalb von 1.173,99 weiteres Abwärtspotenzial entfaltet und das wollen wir uns jetzt mal im Detail näher anschauen. Und zwar gehen wir dazu mal hier in den Metatrader-Shot und hier sehen wir den M30 sozusagen, der hier jetzt gerade die aktuelle Situation verdeutlicht. Wir sind gerade auf Vorwochentief, Schrägstrich Vormonats tief angekommen. Gehen wir direkt nochmal in den M15, erklärt sich das noch ein Stück weiter auf. Und wir sahen, dass der Goldpreis hier ein Stück weit Schwierigkeiten hatte, so richtig seine Empfindung, besser gesagt seine Preisrichtung zu finden und unterhalb des Pivotpoints und den Versuch hier nach oben auszubrechen. Allerdings gelang es nicht, bei 15 Minuten Schlusspreis hier signifikant über die Asia-Hochs rauszugehen. Und dann geschah eben das, dass der Preis sich wieder ein Stück weit schwächer entwickelte. Und ja, jetzt vor kurzem, vor wenigen Minuten gab es nochmal den richtigen Durchbruch nach unten. Hier nochmal in die 5-Minuten-Kerzen direkt gegangen. Den Durchbruch nach unten, nochmals unter das Vortagestief, nochmals unter das Tagestief von heute. Und da ging es eben hier direkt in Richtung Vormonatstief, Schrägstrich Vormonatstief. Und genau da sind wir jetzt aktuell beim Goldpreis angekommen. Die Situation jetzt die, dass wir heute jetzt hier aktuell 10 Dollar gelaufen sind, rund. Die Range verspricht knapp 12 Dollar. Sehen Sie hier 12 Dollar mit den letzten 14 Tagen, also im Bereich um 12 Dollar. Das heißt, im Prinzip ist hier relativ viel Pulver verschossen nach unten. Wenn wir neue Tagestiefs machen, dürfte hier der Preis bei 1.168, Schrägstrich 1.169 Punkten seinen Halt finden für heute. Also das große Momentum ist rein statistisch absolviert worden, rein statistisch gelaufen. Der Goldpreis hat hier im Prinzip seine Range nach unten abgearbeitet. Und jetzt wird es eben spannend sein, wie er heute aus dem Handel geht. Vor Wochen tief, vor Monatstief. Das sind wichtige Levels. Wenn wir hier also unter 1.170 aus dem Handel gehen sollten heute, dann wäre das rein technisch gesehen durchaus ein negatives Signal. Jetzt kommt der Goldpreis aktuell wieder ein Stück weit hoch. Die Volatilität sehr, sehr kräftig aktuell beim Goldpreis. Und das jetzt schon im Vorfeld der US-Session. Das wird spannend, was dann direkt noch passiert, wenn wir 15.30 Uhr in den Markt gehen. Wie der Goldpreis sich dann verhält. Jetzt sehen wir einen schönen Pullback. Das könnte sich hier, gerade mit Blick auf den M15, auch als nochmalige Einstiegschance vielleicht herausstellen, wenn wir nochmal nach oben gehen. Denn ich will Ihnen nochmal die Fuzi-Vektor-Logik zum Goldpreis jetzt im Stundenchart noch ein Stück weiter. Also sprich hier die statistisch saisonalen Tendenzen. Und da sehen wir tatsächlich einen relativ guten Verlauf, der hier zunächst seitwärts, abwärts, dann aufwärts voraus zeigte, voraus blickte. Die Kristallkugel sozusagen. Und jetzt haben wir hier den ersten Abwärtsschub. Und es deutet sich, das wäre dann allerdings wirklich ein Overrange-Day, noch hier weiteres Potenzial nach unten haben. Allerdings ist es natürlich so, dass das hier keine direkte Blaupause für die Preisentwicklung ist. Aber relativ häufig, wenn das Trendmomentum stimmt, versucht sich oder hangelt sich der Preis tatsächlich hier in der prognostizierten Linie entlang. Der Witz an dieser Geschichte, wir haben die Range eigentlich schon fast erschöpft. Sollte es aber daher unter 1167 gehen oder 1168, wenn wir uns direkt das Range Maximum anschauen hier, 1168, wenn wir da drunter laufen, dann kann es auch nochmal schnell in Richtung 1150-1140 gehen. Das wäre natürlich für heute ein Stück weit zu viel an Range. Aber die technische Tendenz ist in jedem Falle gegeben, dass hier neue Tiefs, weitere Tiefs begünstigen. Und rein eben hier nach dem Algorithmus der Saisonalität und der vergangenen Preise deutet sich hier zum heutigen Nachmittagshandel bis in den Abend hinein eine schwächere an. Das zumindest mal von der Tendenz her ein Volltreffer. Aber letztlich hier der Rainbow auch genau mit der Trendfunktion in diese Richtung weisend. Aber ich gebe nochmal den Hinweis, es ist nach unten hin, wenn wir neue Tagestiefs machen, nur noch Potenzial von knapp 2 Dollar. Das muss man sich eben immer überlegen. Wenn der Goldpreis natürlich jetzt hier nochmal ein Stück an das Vortagestief rangeht, beziehungsweise hier an das just durchbrochene Tagestief 1173,99 rund, dann könnte man hier, wenn eine negative Kerze kommt, ein kleiner Shootingstar oder auch andere Signalvarianten, dann ist es sicherlich denkbar, dass man hier nochmal mit einem relativ engen Stopp einsteigt, um die Tagesrange abzuschöpfen. Genau das hat der Goldpreis ja gestern auch noch mit Bravour gemacht auf die letzten Handelsstunden am späten Nachmittag. Praktisch dann hier die Richtung oder den Weg in Richtung Süden eingeschlagen, um die Range eben auszuschöpfen. Und das Potenzial hat er auf jeden Fall noch hier Richtung 1168 zu fallen. Die Frage ist eben dann, wie er aus dem Handel geht. Deswegen wird das heute von hohem Interesse sein. Wir werden das sicherlich morgen nochmal in einer exklusiven Analyse bewerten, wie es denn hier auch auf Tagesbasis um den Goldpreis bestellt ist. Aber das nochmal zur aktuellen Beschauung. Wer ist das schon gewesen zum jetzigen Blick auf den Goldpreis? Neues Tagestief ist erfolgt. Das kam direkt schon kurz nach der Meldung, dass wir hier die Sendung starten. So ist das eben manchmal. Aber im Nachgang, wie gesagt, könnte hier doch ein wenig folgen. Aber im Grunde genommen ist das Pulver verschossen. Es sei denn, wir haben heute einen deutlichen Overrange. Dafür sehe ich aktuell noch keine Indikationen. Es sei denn, es bebt hier irgendwas noch in Griechenland und dergleichen. Aber davon will ich jetzt einfach mal nicht ausgehen bzw. will das jetzt hier nicht ins Kalkül ziehen. Insofern, wenn Sie mögen, gleich noch das JFD-Devisenradar. Eine Stunde Webinar rund um Devisen. Wenn Sie mögen, können Sie sich da kostenlos auf der Gottmord-Trader-Seite, Schrägstrich auf der Live-Event-Seite bei JFD eintragen. Und ja, ansonsten hören wir uns dann zur nächsten TV-Sendung am späten Nachmittag nochmal zu den US-Märkten. Ich wünsche erstmal viel Erfolg am Nachmittagshandel. Ihr Christian Kemmerer. Beste Grüße auf bald und Tschüss. Beste Grüße auf bald und Tschüss.